ja hallo und willkommen zurück beim let's play minecraft das korbler projekt an meiner seite haben wir den boromir hallo und den doktor schnauze und den eddie hallo zu ja major hat sich verabschiedet ja und ich bin der 50 also falls ihr meinen kanal nicht kennt er ist auch in der video beschreibung sein eigenen ach so ja stimmt mache ich ja auch oder habe das mache ich nicht was ich nehme einfach mal an dass die leute schlau genug sind auf den namen ich hoffe es ist die hoffnung in die menschheit die ich immer noch nicht was macht er die da 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 24 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 du solltest mit mir aufnehmen das war so klar 36 war so ein stück das ist immer so eine ruckel das ist so eine dia show ich könnte mein projekt jetzt so runter schrauben dass das so solche renten abonnenten abonnenten das wird eine kleine datei genau geht ja nur um die upload zeit ja natürlich ich holz mir hier gerade den ganzen wald ab weil ich zäune brauche und slappys muss ich machen also daher weg mit dem dreck ja wir wissen das erzählen kann 99. 60, oida da brach ich die 3 Stacks... Naja, die hätt ich sogar. Ds heißt ich kommt mal komplettes Haus da noch mal abreißen. Uuuhuuhu Pfff Hattest du wieder nackter Frau gesehen oder was? Aber dann schaut das ganz anders aus, das ist glaube ich cool Das mach ma, das mach ma Weg damit, weg damit Na, ich bin jetzt grad draufgekommen, dass mein Haus so wie ich es vorher baute hab Das gefällt mir doch nicht, jetzt reiß ich noch mal das ganze obere Stock weg ab und baue so ein bisschen anders Hauptsache du kannst deinen Zuschauer und jeden Tag was dringst umgreifen Ah genau, zuerst bauen wir was und dann reißen wir es einfach wieder ab Das ist jetzt eigentlich schon in jedem Let's Play Das war letztens im Feed the Beast Das wir übrigens auch praktisch in der gleichen Besetzung spielen Habe ich das gleiche gemacht Das ist jetzt mal von Boromir und mir ausgibt Nicht von den Leuten Ja genau, das ist jetzt nicht von der Swift Corp Sondern das ist Übrigens, das sind die Leute, die das Geld aus der Tasche ziehen Ja Im ganz großen Stil, ja Also die ziehen mir jährlich so unglaublich viel Geld ab Wenn ihr auch Let's Player seid, dann kommt in die Corp Wenn ihr Let's Player seid und genügend Geld habt, ja Genau, und so schnell wurdet ihr noch nie über den Tisch gezogen Ja Es ist das unglaublich, meine Kreditkarte war schon weg, bevor ich mit denen geredet habe Die musst du ja zuerst per Nachname schicken Die PIN muss ich nachreichen Genau, die Karte war schon da Also wirklich Ja, von nichts kommt nichts Ja Das war zack und mein Guthaben war weg Sogar von meinem Handy Kriege ich eigentlich nochmal einen Vertrag? Nö Vertrag ist nicht Vertrag ist geradeaus Das tut mir leid Ja, genau Aber Ausverkauft Das Problem ist uns bekannt Ja, und jetzt? Das Problem ist uns bekannt Ein Team aus besonders trainierten Affen nimmt sich gerade das Problem an Genau Den Vertrag schreiben Banane Die Affen haben gerade das Sprechen gelernt Banane, Banane, Banane Ich stelle mir so ein Affenfuhr von der Schreibmaschine Kommt ein anderes an Banane Ja, es ist auch Nur so zur Erklärung für meine Zuschauer Wieso wir schon wieder so Banane sind Banane Es ist mittlerweile 1 Uhr nachts Und wir sind alle auf War es nicht schon 1 Uhr nachts? Ja, es ist nach 1 Uhr Es ist nach 1 Uhr Was für ein Stream? Wir haben noch gar nicht den Stream von elegant Webseiten geöffnet Ab jetzt kommen bei uns nur mehr die Sexy-Sport-Clips in die Werbung rein Möpse, Möpse, Möpse Das Thumbnail besteht nur aus einer einzigen riesengroßen Brust, die aus vielen kleineren Brusten zusammengesetzt wird Ja, genau Boah, wenn ich mir die Arbeit machen würde, das wäre wahrscheinlich das meistgeklickte Thumbnail in ganz YouTube Einfach, dann packe ich in Beschreibung den Link zu dem Bild und dann passt das Ist das schon wunderbar, ich habe gerade den ganzen Wald nachgepflanzt Sehr brav Das ist ja wunderschön Ich weiß nicht Ich weiß nicht, ob Schnauzer das so wunderschön findet, weil es ist ein Birkenholzwald Verbrennt ihn Ich habe über Hexenverbrennung in meinem Let's Play gesprochen Also Minecraft Let's Play von mir Hexenverbrennung habe ich drüber gesprochen Könnt ihr gerne mal einschalten Würde mich sehr erfreuen Damit ihr ja wisst, was er gleich mit mir macht Genau Also entweder Hexenverbrennung oder Hexentest, ich weiß es noch nicht Also entweder ich binde dir einen Stein an die Füße und schweiße dich ins Wasser Oh, auch schön Ja, geil Oder ich schmeiße dich gleich auf den Scheiterhaufen Oh, cool So viele Möglichkeiten Ja Bei Ikea So und so wenig Zeit, genau Ja, und so wenig Zeit Zum Glück gibt es in Minecraft den Respawn-Button Wir haben Zeit Wir haben alle Zeit der Welt Dann ist herauszufinden, ob du ein Hexen bist oder nicht Genau Nein, es geht sich mit Trennend aus Geh so ein Schaß Mal mitzumachen Dass ich, egal wie ich es nicht anstrecke Alles, was Eddie sagt, verstehe ich immer noch nicht Ja, es ist egal Der Akzent ist zu stark Der Akzent ist schon mal geil Also ich kenne mich nicht mit östdeutsch, aber ich glaube, das wäre auch ein bisschen Vorteil Und nicht mit norddeutsch, Korn? Man versteht keiner was Das geht nur viel schlimmer, glaubt's muss Das ist jetzt warmlos, was ich mache Ich kann kein norddeutsch Ich kann ein bisschen plattdeutsch, aber Bisschen plattdeutsch Plattdeutsch auch schöne Sprache Was ist deutsch wieder für ein Unterschied am Heimischen? Plattdeutsch 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 Er war so platt, dass es schon geditscht wurde Genau, es ist schon geditscht, das ist Deutsch Plattdeutsch Mauter Ach, du siehst mich wahrscheinlich gar nicht mehr Ich baue den nächsten Knubbel ab Du und deine scheiß Knubbel Die Knubbel verschwinden aus der Landschaft Kaum ist man in der Aufnahme Hat Eddie wieder das Kratzen im Hals Ach, schön, weil viel am Leben ist Sehr geil So, als würde ich mich in jeder Unterrichtsstunde so beteiligen wie im Let's Play Dann wäre ich wahrscheinlich ein Einser-Schüler Na toll, jetzt fängt's regnen an So, wir werden die Aufnahme unterbrechen Aber nicht, um zu cheaten, nee, nee Oh, es hat aufgehört zu regnen Ja, genau Was für ein Zufall Was für ein Zufall Der Wettergott sei getriesen Ach, du Cheater, Alter Das ist wirklich der Wahnsinn Also, sie sind cheaten sogar, wenn ihr nicht dabei seid Immer, immer, immer Einfach, um Schnauze zu ärgern, werde ich jetzt asiatischbar Asiatisch so sehr Ich hab ein Mal im Leben asiatisch gebaut Es sah, es sah gut aus Aber ich hab den Baustier gehasst Ich hasse ihn Genau wie Birkenhol Asiatischer Baustier aus Birken Ja, ja, hab ich auch schon gesagt Das ist die perfekte, perfekte Besetzung Für ein dramatisches Stück mit einem Mörder und so Also ich sag mal so Irgendwann werde ich mich mal nicht kontrollieren Und dann ist das Feuerzeug mit Zip Ich brauch die Arme Zäune zu bauen Aber brennt das alles ab und plötzlich ist das alles Obsidian Genau Aber, äh, Birkenholz Faden ist Obsidian Hat vor euch schon irgendeiner zufällig ein bisschen an Lehm irgendwo g's hängen Ich brauch doch so ein paar tausend Stück Ein paar tausend, ja Ich will hier ein bisschen Lehm vor meiner Ausbildung Ein paar tausend Bisschen tausend, nö Ja, ich glaub, wir machen jetzt deine Let's Farm Lehm Also ich glaube, das sind so sieben oder so Zinnig viel Also da musst du nö mal ranklöpfen, Dörren wir Genau Na, zuerst brauchen wir ein bisschen mit Fenster weiter Ich geh mir grad mal Major's Samen klauen, damit ich das neue Feld bestellen kann Wie geht? Fass das nicht an Da wirst du blind worden Da bekommst du Hepatitis von Da wirst du blind von Papa, ich seh hier drüben Hepatitis XYZ kriegst du dann Hepatitis mit den, äh, Chirota Gesundheitsbakterien Genau Habt ihr das früher auch nicht verstanden, diese Chirota Gesundheitsbakterien? Nicht so ganz Ja, hab ich früher nicht gecheckt Warum soll ich jetzt Bakterien schlucken? Das sind Grafen für dich Ja, genau Ähm, Major hat hier alles umgebaut, wo sind jetzt die ganzen Samen, die ich brauch? Hilfe! Ach, da ist das Loch! Hm, okay, dann geh ich dann an Das Loch mit den Spitzen unten Genau, da ist es! Ich habe ganz viele Samen Eine ganze Hand voll Ähm, wird gerade Nacht? Ja, ne, es wird Nacht Bisschen? Was heißt, wird, es hieß schon noch, der Wir müssen alle pennen gehen Weißt du, diese Tannen werden immer größer, je mehr ich davon pflanze Komisch Du pflanzt ja keine Birken? So, leg her Wenn du mal vor, es gäbe so riesen Birken Nö Gott, das wird dich ja anpissen Du brauchst einen Minecraft zu spielen, meinst du? Überhaupt nicht, das werden wir da wieder wegmachen Die Weltzeit ist 22 Uhr, äh, 22 Uhr 23 Okay Muss ich mich jetzt niederlenken? Ja, dann werde ich mich halt auch schnell niederlenken Ich bin ja in der Nähe von meinem Bett, so ist es ja nicht So, illegal Und in dieser Zeit einen Schluck Ich habe schon noch was zu trinken, hier, ja? Ja, kann ich auch mal ein bisschen gucken Ja Ich habe nichts zu trinken Aha Ich glaube, die Zeit hat gereicht, um zu spawnen Oh ja Baby Zombie Baby Zombie Baby Zombie Creeper vor der Tür, wäre jetzt normal Aber es ist so entscheidend Schickt dann zwei Baby Zombies Okay, kein Creeper Tintenfischer Glück, würde ich sagen Ich habe die da nicht hingesetzt Ach, ich wollte doch Slappys grafen Da bauen wir kein Fenster rein, weil das ist eher Was über den Keller, wo wir das So, also ich, äh, ich Aber da kommt noch eins rein Nein Ich baue mich da jetzt hier irgendwie, äh, so eine Plattform da, hier so Wird hier rein in das Bett gestellt, so Geh, muss Na, geht's aber Ganz schön verpeilt, schon wieder He, he, aber was von verpeilt Du, 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 du Nur, 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 scheiße Klicken So was von verpeilen ist, die ist Wenn du raus auf den Boden würdest, was ist in den Boden, ne? Ja, total, die Decke ist schon wieder getroffen, verdammt Äh, was wollte ich jetzt grafen? Ach ja, Stufen Oh, ich habe Slappys gekräftet Liebchen Stiefmütterchen, ey, was? Was, Stiefmütterchen gecraftet? Hm? Ja klar, immer doch Alter, alter Immer doch Cool 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 Ja, der will Die auch Ja Ja So Der Pinkie Der Pinkie Und so Und so Und so Ja, schon langsam Ja Hm? Doch Geh, das Schaf, geh da runter Ich bin so schlau für den Sohn Wirtz Mit dem Heuslein Hm, wir haben gleich schon ein paar Mega Felder Also so langsam wird's doch Ich finde das schön, die Sorgen fürs Essen und wir bauen unsere Häuser Genau So kann das immer laufen Ja, ne? Dafür haben wir ja das Korbler-Projekt Ja, genau Und wenn ich mal genug Felder auf Wenn ich mal genug Felder aufgenommen hab, dann darf sich ein anderer darum kümmern Ja, wir konnten ja sowieso ein bisschen abwechseln War ja dann schlecht Genau Weil dann kümmere ich mich um Kühe und so War schon cool Ja, ich sollte das jetzt dann irgendwann einmal schnell langsam anfangen Weißt du, Zwiftmaster hat angekündigt, er wollte bei uns rübergucken, was hat er bis jetzt noch nicht getan? Äh, ich hab bis jetzt nur Feld gefilmt Feld gefilmt Feld gefilmt Feld gefilmt, ja Feldversuche mit dem Filmen Hm, jetzt mach ich noch ein paar Kornkreise rein, herrlich Ich glaub, ich mach ihn jetzt dann noch mal am Weg Hm, soll den wir doch klar Naja So Und dann hab ich's dann auch geschafft innerhalb von 10 Folgen Warte, wie viele Folgen haben wir jetzt in den Sonnen? 10 Folgen, was? Nein, 10 Folgen haben wir noch nicht Das ist vielleicht 5 oder 6 Ungefähr, das ist wahrscheinlich die 4te Ja Bisschen hier Oh, da ist der Helm, haben wir doch den Sternen Das ist ja Ork Oh, das ist die 4te, genau Also hab ich in 4 Folgen mein Haus gecraftet, Butch Gecraftet? Gebaut Ja Gebaut Ein Haus gecraftet, auf der Workmatch Also Gecraftet, aufgestellt Es gibt ja diesen Mod, mit dem man automatisch das ist, das Haus im Sitzel Mhm, gibt's Hm, hab dich so nicht verstanden Gib den Mod für den Mod Es gibt einen Mod für den Mod Ja, Daisy Mod für Daisy Mod Schnauze ist wieder zu weit vom Mikro weg Äh, was, schon wieder? Ist das so leise, wie du gehst? Ja, ist schon wieder leise Ist leiser geworden Wirklich? Oh mein Gott, ich hab eigentlich nichts geändert Ich stehe eigentlich immer noch Warte mal Ich bin mir da, wie du gehst Ich bin mir da, wie du gehst Ich bin mir da, wie du gehst